Hallo, heute sind eure Glücksfäen wieder da, viel Becks und viel Wert. Es gibt nochmal 10-Universary-Tickets, 13.10. Arena in Trier, unser 10-jähriger Geburtstag, das größte Jupiter-Glanz-Konzert aller, aller, aller Zeiten. Und da können wir diesmal in Anführungszeichen nur Tickets für den Innenraum und für den Sitzplatz und für die Aftershow-Party gewinnen. Da kommt auch nicht jeder hin, das ist nur mit Zugang und Bändchen und so. Und da können wir mit uns und unseren Freunden zusammen nach dem Konzert noch feiern. Das ist von den Glücksfäen heute der Preis, 10-Universary-Ticket, Sitzplatz oder Stehplatz, also könnt ihr mit Freund oder Freundin hinkommen, plus Aftershow-Party.